So, Freunde des Eissports, weiter geht's mit Eishockey. Wir haben mal wieder ein bisschen gebastelt. Ich bin ja auch der Crafter. So, ein bisschen Panzertape. Und bis jetzt sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, guck mal wie gut es hält. So, Select. Machen wir erstmal ein Empty Net. Fünf Positionen. Ach, die Halle sieht doch eigentlich ganz schnuckelig aus. Calibrate-Wheelstick. Start. So, stecken wir meinen anderen Stick in der Tasche und dann schauen wir mal wie gut das funktioniert. So, wie stehe ich eben? Das müsste gehen, ne? Ah, da war doch drinnen. Ah, komm. Ah. Naja, gut. Ich hab ein besseres Gefühl, aber ob das jetzt... Ah. 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 Hä? Das kann auch nicht jeder. Oh. Schlenzen geht gar nicht. Oh. Das kriegt er nicht raus. Oh. Bisschen Schle... Oh. Oh. Schlenzen ist ganz fies. Oh. Das hat er nicht raus. Oh. Oh. Dann gib mir einen neuen. Oh. 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 Komm her. Oh. Ach. Der ist der Schrank. Komm, der ist raus. Der ist raus. Danke. Komm her. Komm her. Ich frage mich, wenn ich jetzt diesen tollen Halter für ein paar Euro gekauft hätte, ob der jetzt so viel besser wäre. Aber ich denke, für ein bisschen Eishockey-Feeling. Oh Gott. Ich habe keinen Sound am Schläger, aber da oben der Stahlträger, den gar keiner interessiert, da macht er einen Sound. Man kriegt kein Gefühl. Ohne kriegt man echt kein Gefühl. Ich glaube, ich stehe auch ein bisschen doof. Ich muss mich mal neu zentrieren, jetzt nehme ich den anderen mal aus der Tasche. Zack. Huch. Oh, das war das Klebeband. Warte mal, ich zentriere mich mal nochmal. Das muss man hier so ein bisschen erstmal raus haben. So, hier bin ich, genau. Das geht auch nicht. So, warte, stopp. So. Meine Güte, jetzt haben wir es. So. Jetzt geht das vorwärts. Ich habe es. Ich habe es im Urin. Jetzt wollte ich unter der Brille hergucken, wo der Puck ist. Der muss ja nicht so zentrieren. Moment, nochmal zentrieren. Ich muss ja auch ein bisschen auf die Kamera achten. So, zack. Oh, jetzt. Ah. Was war das denn? Freundchen. Aber das Gefühl ist null. Nada. Niente. Zero. Ich habe kein Gefühl für den Puck. Es vibriert ein bisschen, aber das war es auch schon. So, gar nicht. Es ist aber schon... Ich muss aber eingestehen, es ist schon besser als... Ich habe es eben einmal ohne Stick gespielt. Es ist schon besser, aber... Ja, so gar nicht, ne? Auch trotzdem nicht. Ja, so Schlagschüsse in seiner Wohnung sollte man dann doch vermeiden. Aber auch so ein Schlenzer, das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht... Oh. Das ist nicht schön. Das ist kein... Kein Gefühl. Ich wette, auf dem echten Eis, mit dem echten Puck, kriege ich es besser hin. Wette ich für. Immer noch. Nach all den Jahren ohne... Aber die Musik ist gut. Also das müsst ihr im Spiel lassen. Die Musik ist Feeling pur. Müssen wir öfters treffen. Ich könnte jetzt aber auch nicht versuchen... Oh. Na gut. Muss man vielleicht ein bisschen besser... Oha. Ah, komm. Oh. Oh. Na, komm. Oha. Oha. Oha, Oha. ach so jetzt muss ich wieder den haben quitt so machen wir doch noch mal time limit damit ihr das mal alle gesehen hat mit goalie machen wir mal vier punkte snow forest hier machen wir mal den assistenten an guck mal was der mir sagt wo ist der assistent kein assistent und goalie komm her schade ich dachte gerade muss ich unter der couch her moment zack was war der schrank war nicht die couch ach komm her ja ja guck nicht so doof aber wenn ich gleich einen drin habe ach komm was sagt der assistent goalie ach komm her guck an jetzt klir taxischeibe ach komm ja der war zu schwach ach komm her ach meine güte ach komm der war eigentlich mal so doof nur nicht in die richtige richtung falsch geschlänzt also das wird mir im echten leben nicht passieren also nur mal so falls jemand noch neue spieler hier für kölner haie oder so sucht ich biete mich immer noch an curry ach komm ich würde meine qualität liegen mir im tor halt quasi auf seinem posten ach komm sein hat ja mal durch blöden zufällen treffen müssen ne ach komm Ja, ja, ja. So, was sagt der Shoot-Assistent? Ne, das wollen wir nicht noch mal restarten. Ach so, Leaderboard is disabled by Shoot-Assistent. Ah, gut. Nein! Ach doch, wollte ich ja. Machen wir noch mal einen Time. Machen wir noch mal auf Targets. Komm. Mountain View. Den Assis-Boat nehmen wir raus. Komm. Damit ihr mal alles gesehen habt, ne? Ah. Ja. Ja, hinten ist Fototapete, aber das ist klar. Ach, läuft schon. Ah. Ah, der war gut. Irgendwann kriegt man den Bogen ein bisschen besser raus. Aber... Oha. Ach komm. ... der wäre... der wärs gewesen. Ach... Ach... Ja, nach... Also nach... Da ist ganz schlecht. Ach... Und in den Schwer. Ach... Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Mir fehlt so ein Pock. Auch beim Schlagschuss, mir fehlt das Pock. Ah, oh. Ah, oh. Hm. 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 Also sowas kann man wirklich... ...nur im wahren Leben trainieren. Also der Goalie Simulator war super. Also guckt's euch an. Mein Goalie Simulator. Der war gut. Aber das hier ist... ...wenn ich ehrlich sein soll... ...mö. Ne? Ist eins. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich sein soll, das ist... Das ist... Schade, bin ich wohl drauf gekommen. Das ist... ...das ist nicht schön. Und ich frage mich, ob das der Real Stick besser machen würde. Easily, ja. Wie toll ist denn der Real Stick? Da werden wir ja mal gucken. Ah. Egal. Können wir wohl nicht gucken. Naja. Was soll ich euch noch sagen? Hm. Also vom Feeling her ist es nicht schlecht. Mit dem Stick eine kleine Katastrophe. Weil ich zeig's euch noch einmal ohne. Nur damit man das mal gesehen hat. Ja. Schön lösen. So. Moment. Ja. Alter Mann ist kein D-Zug. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen zur Seite. So. Äh. Äh. Nochmal Time machen wir. Wir machen... ...MT-Net. Hier Standards. Und wir gehen nochmal in eine Halle. Und wir machen den... Was ist denn? Achso. Ja. Okay. Ist nochmal eine Kalibrationsmöglichkeit. Aber das ist... Hälfte mir auch nicht weiter geholfen. Two-Handed. Äh. Rear-Stick nicht. Achso. Das ist mal wieder so. Dann wird wieder genau registriert, wo unsere Hände sind. Und dann machen wir das Ganze. Ohne Gefühl. Ohne Gefühl, aber mit viel Liebe. Das geht eigentlich besser. Aber ich hab keinen... Ah. Mir fehlt der Stick dann in der Hand. Das ist... Oha. Da fehlt mir echt der Stick in der Hand. Das ist... Also... Die gute Eiskelle. Auch ein scheiß Schuss. Also schlenzen geht gar nicht. Auch so nicht. Äh. 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 Los. Leg mal einen fetten Beat auf da hinten. Ja. Das ist ja... Weißt du, da läuft nix. Bei so einem trüben Beat. So ohne Stick ist das ja gar nix. Ich hoffe, die Entwickler können kein Englisch und sehen dieses Video. Äh. Können nur Englisch. Oder Französisch. Oder Finnisch. Finnisch ist gut. Äh. Äh. Also ich glaub, das macht die andere App besser. Auch wenn diese App hier nur 5 Euro kostet. Das heißt hier nur. 5 Euro sind auch schon für einigen viel Geld. Aber... Na ja, gut. Neuer Gritsky werde ich damit nicht. Hm. Okay. Ach, jetzt kann ich hier meinen Namen nicht eingeben. Quit. Quit. Jo. Vor in der Nacht. Es ist ein guter Ansatz. Die Torwart-Simulation ist gut. Das ist schlecht. Ja. Ne. Was soll ich euch noch sagen? Außer abonnieren. Däumchen nach oben. Däumchen nach oben. Däumchen nach oben. Däumchen nach oben. Ha. Gut. Abonnieren. Däumchen nach oben. Tralala. Hier und da. Macht euch einen schönen Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel. Und verabschiede mich damit. Und tschüss.